Wir bewerben uns für den Eurovision Song Contest 2025. Der Eurovision Song Contest steht für Offenheit, gegenseitigen Respekt und die kulturelle Vielfalt in ganz Europa. Vielfalt leben wir am Rheinknie jeden Tag, zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Am Dreiländeeck vereinen wir Europa. Und aus dem Dreiländeeck machen wir mit dem Eurovision Song Contest das 40-Ländeeck. Wir sind die weltoffene Kulturstadt im Herzen Europas. Basel zeigt seine kulturelle Vielfalt nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Musik. Von der Klassik über Pop bis hin zu Elektro und von die Western. Musikalische Kunst wird in Basel ganz groß geschrieben. Mit dem Eurovision Song Contest 2025 möchten wir unsere Liebe zur Musik mit ganz Europa teilen. Wir haben viel Erfahrung bei der Organisation von internationalen Grossanlässen. Wie zum Beispiel der MUVA, der Art Basel oder der Euro08. Auch für die OSZE Ministerratskonferenz und den Zionistenkongress waren wir Gastgeberi. Als Grenzstadt im Herzen Europas verkörpert Basel die Werte des Eurovision Song Contest wie kein anderer Ort. Es wäre für uns eine riesige Ehre, den weltgrössten Musikanlass bei uns auszutragen. Und wir würden uns darauf freuen, das vielfältige Publikum auf Basler Art mit Offenheit zu empfangen. Für den Eurovision Song Contest organisieren wir im St. Jakobs Stadion als Option das grösste Public Viewing der Schweiz. Und in der St. Jakobshalle die perfekte Show. Der Eurovision Song Contest und Basel sind ein Traumpaar. Lasst uns diesen Traum zusammen erleben. Gemeinsam werden wir zum Herzstück eines unvergesslichen Events, der die Schweiz und Europa vereint. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!